Ich komme hier an und sehe einfach eine PS5. Meine Frau hat die einfach so gekauft, aber irgendwie steht die schief. Ich glaube, meine Frau ist ein Mann im Frauenkörper, weil sind das nicht eigentlich immer die Männer, die sich eine PS5 holen? Hier liegt ein Controller. Deswegen glaube ich, dass sie gestern schon gespielt hat. Und was haben wir hier? Noch einen Controller. Somit haben wir zwei Controller. Kennt ihr gute Spieler, die man zu zweit spielen kann? Weil Hogwarts soll gut sein, aber ich glaube, das ist nur alleine. Das Ding ist, irgendwie gefällt mir das Setup nicht. Ich meine, wie die PS5 da steht, bockt nicht so. Haltet ihr eine Idee, damit das Ganze irgendwie geiler aussieht?